Ja gut, ich könnte mich jetzt aufwärmen, aber ich könnte mir noch... Ich bin gemein. Ist schon eine Packung Süßigkeiten, denke ich, ja. Ist schon eine Packung Süßigkeiten. Die bleiben auch auf. Und wer mag keine Melonen, ey. Ich weiß nicht, wie macht B oder was? Ja. Kein gütiger Wort. Ja. Richtig verbrechen auch, dass es sein wird. Feiner Hust. Feiner Hust. Du stirbst jetzt. Noch Kaffee. Gut, da haust ich. Dann kommt. Der Putsch wieder mit den Aufmerksamkeit. Komm, genau. Echt, wie der Song, ey? Die ist schon... Ja, die ganze Song. Ja, die sind alle sehr bedenklich. Und ich denke, ich muss mich auch, wenn wir das zwei da noch machen. Du waren auch. Ja, genau. Warte rum. Feiner Hust. Was ist denn eine Cool Story? Wollt ihr mich jungen? Geht's rein. No, ich war natürlich auch. Was macht ihr denn in der Mitte? Let's go. Da gibt's rein. Ja. Wieder Full Flash. Okay. Na gut. Cold Step. Ja, scheiße. Äh, nee. Äh, nee. Ja, mach mal kurz. Ich bin tot. Jetzt wollte ich den Eingang. Ja? Ich schätze mal den Letz. Ja. Weißt du was? Ja. Drei Hust. Cold Step. Touch Gold. Cool. Du bist der Fußball. Yeah. Ja. Jaa. 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 Schlecht. Jetzt wollte ich springen, aber irgendwie war ich noch nicht abgerufen. Ey, die sind guter. Schlecht. Schlepsel. Oh, ihr erinnert? Das ist leider so. Das ist der Exklimator. Das ist wohl wieder fort. Hinter die Seebie. Ich hab überhaupt Arbeit gegeben. Zwei Tunnel. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Wie ist der B? Schlecht. Ja, mach doch mal kurz. Ich bin doch nicht mehr. Jetzt ein. Alter, Fabi. Warte jetzt mal. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Hier rum. Du weißt ganz genau, was ich meine. Tschüss, nicht dumm. Was denn? Deine Schüssel da. Das ist meine Schüssel. Kleine Nachbenspringung vom Game. Ja, die hat voll die Fresse geschossen. Ja, die waren all welche. Es wurde wieder komplett reingekackt. Was war das für ein Film? Ja, die waren aber alle gleich still. Große sind rot. Ich wusste nicht, dass man da so präzise übers macht. Entschuldigung. Da gibt nichts rein. Wir haben ein Problem für den King. Das ist gut, ja? Ja, was überlegst du denn? Ob du klettern willst mit der 94-Fernse? Das ist so gut. Warum bläst du nicht einfach? Schau, der rumgeheß. Hey, das ist ein Tassen-Deutsch. Zeug sind simpel. Ich glaub ich nicht mehr wirklich. Bei der Tassen passen wir nicht mehr scheiße. Der Andi. Der Andi.